Heidi Klum 1. Juni 1973 in Bergisch Gladbach, von 2009 bis 2012 bürgerlich Heidi Samuel, ist ein deutsches Model. Seit 2008 besitzt sie auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft. Sie arbeitet als Jurorin, Moderatorin und Produzentin der Fernsehsendungen Germany's Next Topmodel und Project Runway sowie in den Vereinigten Staaten als Jurorin für America's Got Talent. Leben Klum wuchs in Bergisch Gladbach auf und besuchte die Gesamtschule im Stadtteil Parfrat, die sie mit dem Abitur abschloss. Ihr Vater Günther ist gelernter Chemiefacharbeiter und ehemaliger Produktionsleiter beim Parfümhersteller 4711, ihre Mutter Erna ist ausgebildete Friseurin, aus einer früheren Beziehung ihrer Mutter stammt ein 1964 geborener Halbbruder. Entdeckung Klums Karriere begann 1992 mit ihrer Teilnahme am Wettbewerb Model 92, einer Castingshow des Fernsehsenders RTL, die in Zusammenarbeit mit der Frauenzeitschrift Petra, der New Yorker Model Agentur Metropolitan und der Late Night Hook Show Gottschalk Late Night mit Thomas Gottschalk als Moderator realisiert wurde. Bei diesem Wettbewerb setzte sich die damals 19-jährige Schülerin gegen 25.000 Konkurrentinnen durch und gewann einen mit 300.000 US-Dollar dotierten Vertrag als Fotomodell für die Dauer von drei Jahren. Nach dem bestandenen Abitur verzichtete sie auf einen Ausbildungsplatz als Modedesignerin in Düsseldorf, um als Model zu arbeiten. Seit 1993 lebt Klum in den Vereinigten Staaten. Der Durchbruch gelang Heidi Klum 1998 mit der Abbildung auf der Titelseite der Bademoden-Ausgabe der US-amerikanischen Zeitschrift Sports Illustrated mit 55 Millionen Lesern. Fortan war Klum auch für die Unterwäsche-Firma Victoria's Secret tätig, Außerdem erschien sie auf den Titelseiten von Zeitschriften wie Vogue und Elle und wurde ein international gefragtes Model- und Werbegesicht. Klums Vater ist auch ihr Manager. Er gründete in Bergisch Gladbach die Heidi Klum GmbH und Co. KG und betreibt dort auch deren Büro. Selbstvermarktung und Image Klum war für verschiedene Unternehmen als Werbeträger tätig. Sie nutzt ihre internationale Bekanntheit auch zur Vermarktung von Produkten, die ihren Namen als Bestandteil des Markennamens tragen wie Süßwaren, Schmuck, Kleidung und Parfums. Der New Yorker Juwelier Mavad bietet eine Heidi Klum-Kollektion an. Er ist ebenfalls verantwortlich für die Gestaltung eines jährlich jeweils neuen Diamant-Büstenhalters der Firma Victoria's Secret, des sogenannten Fantasy Bra, den Klum mehrfach präsentierte. Im Dezember 2004 erschien Klums Buch Heidi Klums Body of Knowledge, 8 Rules of Model Behavior, To Help You Take Off On The Run Way Of Life, das seit April 2005 auch auf Deutsch unter dem Titel Natürlich Erfolgreich vermarktet wird. Die Co-Autorin Alexandra S. Postman ist zuvor als Mitautorin eines Buchs über plastische Chirurgie in Erscheinung getreten und Redakteurin der Frauenzeitschrift Elle. 2005 taufte Klum während einer öffentlichen Veranstaltung eine Rosensorte auf den Namen Heidi Klum-Rose. Ende des Jahres 2005 sorgte Klums Vater und Manager Günther Klum für Empörungen der deutschsprachigen Weblog-Szene und für ein beachtliches Medien-Echo. Er hatte versucht, einem Blogger die Erwähnung des Namens Heidi Klum in der URL eines Blog-Eintrages zu untersagen. Auslöser der Auseinandersetzung war ein Eintrag, der Klums Engagement als McDonalds-Destimonier thematisierte. 2009 widmete die deutsche Vogue Klum eine komplette 140-seitige monothematische Uni-Ausgabe. Laut der Forbes-Liste der World's 15 Top-Earning-Models galt Heidi Klum 2008 als eines der bestbesalten Models der Welt. 2012 tauchte sie auf dieser Liste nicht mehr auf, da sie kein reines Model mehr sei. Sie sei inzwischen eine Medienunternehmerin wie ihre Kollegin Tyra Banks. In der Liste Most Powerful Women belegte sie 2011 Platz 39. Film, Fernsehen und Musik Im Dezember 2004 startete Klums erste Fernsehshow beim US-amerikanischen Fernsehsender Bravo TV, bei Project Runway, Projekt Laufsteg, ist sie nicht nur eine von elf Produzenten, sondern auch Moderatorin und Jury-Vorsitzende der Show, bei der Kandidaten im Ausschlussverfahren darum kämpfen, von der Jury als bester der zwölf antretenden Amateur-Mode-Designer ausgewählt zu werden. Klum arbeitet gelegentlich auch als Schauspielerin. In der US-amerikanischen Fernsehserie Chaos City, Originaltitel Spin City, spielte sie 1999 in sieben Folgen der dritten Staffel sich selbst als Freundin der Hauptfigur, die von Michael J. Fox verkörpert wurde. In der Filmkomödie über Kurz oder Lang spielte sie in einer Nebenrolle neben Josh Hartnett ein Frisurenmodel. 2001 trat sie in einer Folge der Serie Sex and the City als Gast auf und spielte ebenfalls sich selbst. 2006 hatte sie einen kurzen Auftritt in der US-amerikanischen Filmkomödie Der Teufel trägt Prada. Ferner hatte sie einen Gastauftritt in der US-Serie Malcolm Mittendrin als Hockeyspielerin und in der amerikanischen Fantasykomödie Ella, verflixt und zauberhaft, in der sie eine freundliche Riesen spielte. 2010 erhielt Klum zusammen mit Model-Kollegin Paulina Poritzkova für eine Episode in der Fernsehserie des Brit Housewives eine weitere Gastrolle, in der sie sich selbst spielte. Weltweite Aufmerksamkeit gewann Klum durch ihre Moderation zur Gruppenauslosung der Fußball-WM 2006 am 9. Dezember 2005 in Leipzig an der Seite von Reinhold Beckmann. An diesem Abend saßen ca. 320 Millionen Zuschauer weltweit vor den Bildschirmen. Im iranischen Fernsehen wurde ihr Auftritt wegen ihres als unsittlich empfundenen Kleides zensiert. Seit Januar 2006 moderiert Heidi Klum die Model-Casting-Show Germany's Next Topmodel auf ProSieben. Am 17. November 2006 erschien ihre Single Wonderland, die für eine Reihe von Douglas-Verbes-Pots produziert wurde. Den gesamten Erlös der Single, die Platz 13 der deutschen Single-Charts erreichte, spendete sie dem Kinderdorf Betanien in ihrer Heimatstadt Bergisch-Gladbach. 2011 übernahm Klum in den USA die Moderation der Sendung Seriously Funny Kids, bei der Kinder im Stile der versteckten Kamera hinters Licht geführt werden. 2012 moderierte sie die MTV Europe Music Awards 2012 live aus Frankfurt am Main. Seit 2013 ist sie Teil der Jury bei America's Got Talent. Im Musikvideo zu der im April 2015 erschienenen Single-Fire mit Gesselin der australischen Sängerin Sia spielte Klum die Hauptrolle. Auszeichnungen Am 15. September 2013 erhielt Klum einen Emmy als Moderatorin von Project Runway. 2003 und 2015 erhielt sie einen Bambi in der Kategorie Fashion. Privatleben 1997 heiratete Klum den australischen Star-Friseur Rick Bipino, mit dem sie in New York lebte. 2002 folgte die Trennung, 2003 die Scheidung. In einer darauf folgenden Beziehung mit dem italienischen Formel-1-Manager Flavio Briatore wurde sie schwanger und brachte am 4. Mai 2004 in New York ihre erste Tochter zur Welt. Am 10. Mai 2005 heiratete sie in Mexiko den britischen Sänger Seal. Mit ihm hat sie zwei Söhne 2005, 2006, und eine Tochter 2009. Nach der Heirat lebte die Familie in Beverly Hills, seit 2011 in Brentwood. 2008 nahm Klum neben der Deutschen auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft an. Am 5. Oktober 2009 beantragte sie eine Änderung ihres Namens in Heidi Samuel entsprechend dem bürgerlichen Familiennamen ihres Mannes Seal, die im November 2009 bewilligt wurde. Einen Monat später adoptierte Seal Klums erste Tochter. Im Januar 2012 gab das Paar seine Trennung bekannt. Im April reichte Klum die Scheidung ein und nahm ihren Geburtsnamen wieder an. 2013 erwarb Klum ein neues Domizil in Bel-Air, ihr Wohnsitz in Brentwood wurde im August 2014 verkauft. Von 2014 bis September 2017 war sie mit dem 13 Jahre jüngeren Kunsthändler Vito Schnabel liiert, Sohn des US-amerikanischen Malers Julian Schnabel. Im Mai 2018 machte sie ihre Beziehung mit Tom Kaulitz von Tokio Hotel bekannt. Am 24. Dezember 2018 ihre Verlobung mit ihm. Kritik Die Tierrechtsorganisation PETA verliegt Klum aufgrund ihrer Vorliebe für PELZ 2008 den Worst Rest Award Germany. Die feministische Zeitschrift Emma kürte in der Ausgabe Mai-Juni 2009 Klum aufgrund ihres Umgangs mit den Kandidatinnen in Germany's Next Topmodel mit dem Negativpreis Pasha des Monats. Emma schrieb, diese stubsen Asiker und kaltschnäuzige Scharführerin peitscht hunderte von naiven jungen Mädchen bislang Richtung Versandhauskatalog, wo auch Heidi selber einst brillierte. Kritisiert wurde auch Klums versteckte Kamerasendung Seriously Funny Kids. Zwar gäbe es darin auch harmlose Geeks, schrieb die FAZ, dennoch zeichne sich die Sendung im Kern dann doch durch die entschlossene Mischung aus Rührseligkeit und Zadismus aus, die man sonst nur von Schäferhundzüchtern der ganz üblen Sorte kennt. Karl Lagerfeld bemängelte, dass sie nie auf den Laufstegen der großen Modenschauen in Paris, Mailand oder New York aufgetreten sei, sie sei ein Werbe-Girl. Heidi Klum erklärte diesen Umstand damit, dass sie für solche Auftritte einfach zu klein und zu rund gewesen sei. Allerdings habe sie als Model gutes Geld verdient.